Ja, dann. Einen wunderschönen guten Tag und wer es feiert, frohe Ostern. Mein Name ist Thomas Harald Schmuck oder kurz Harry. Ich bin von der FH Salzburg, genau, vom Studiengang Informationstechnik und Systemmanagement. Ich bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Informatik und Softwareentwicklung. Und ich werde heute einen Vortrag halten über, also ich habe das ganze Virtual Classroom genannt. Da geht es ein bisschen darum, wie kann man Unterricht, also in dem Fall jetzt Unterricht in der Schule, lasst sich natürlich auf ähnliche Dinge wie im Studium, in der Berufsweltfortbildung, Erwachsenenbildung umlegen. Vortrag konzentriert sich jetzt aber auf die Schule. Wie kann ich in diesem Setting IT nutzen? Wie kann ich in diesem Setting State-of-the-Art-Technologien und Konzepte nutzen, dass ich Unterricht so gestalte, dass sich der für die aktuellen Schülerinnen und Schüler eignet und mit ihrem täglichen Leben dann Komfort angeht und kein Bruch entsteht? Dieser Vortrag hat das Ziel, dass er Impulse, also er soll Impulse geben. Er soll Möglichkeiten aufzeigen, wie und wo diese Möglichkeiten eben zu tragen kommen können. Wie traditioneller Unterricht erweitert werden kann, dass er eben State-of-the-Art-Tech und Prozesse verwendet und damit das eben moderner wird. Was dieser Vortrag jetzt nicht soll und nicht wird, er ist jetzt keine Präsentation eines fertigen Produkts, er ist keine One-Size-Fits-All-Lösung. Es geht jetzt auch dabei nicht wirklich um die technischen Spezifikationen für irgendwas, es sind eben Impulse. Und diese Impulse sind natürlich nicht die einzige absolute Wahrheit. Ich habe da noch eine kleine Frage- bzw. Diskussionsparts dabei geplant. Da würde mir ganz der Input von euch interessieren, wie ihr das seht. Es soll einfach eine Idee geben, wie so ein digitales bzw. virtuelles Klassenzimmer aussehen kann, soll und was man da aus meiner Sicht dazu braucht. Was ist die Vision, was sind die Ziele von diesem Virtual Classroom-Theme? Was meine ich damit? Also wir nehmen, wie schon erwähnt, den klassischen Unterricht aus Ausgangsbasis und wir erweitern ihn um Technologien, die die meisten von uns und von den Schülerinnen und Schülern ohnehin schon verwenden. Seien wir uns ehrlich, wir benutzen unser Smartphone ja gar nicht. Wir leben de facto drinnen. Und das gilt wahrscheinlich für Schülerinnen und Schüler noch viel mehr, als das für uns ist. Warum entsteht nun dieser Bruch, dass Smartphones oder Handys im Allgemeinen in der Schule de facto tabu sind? Die haben dort offenbar nichts verloren in den meisten Fällen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Breite ist es tabu. Die müssen ausgeschaltet werden und in der Unterstufe wird es sogar, wenn es wer verwendet, weggenommen und muss dann von den Eltern mit dem Rektor abgeholt werden. Warum ist das so? Warum soll man diese extrem wertvolle Ressource brach liegen lassen? Warum soll das so sein? Ich meine, klar, jetzt könnte man dagegenhalten, ja, Smartphones, da kann man ja ganz böse im Internet surfen und Dinge tun, die im Unterricht überhaupt nichts verloren haben. Das stimmt. Deswegen muss man das irgendwie anleiten. Man muss da gezielt diese Smartphones einbauen. Nicht auch, ja, nehmt es her, wie es euch passt, sondern ich baue das aus Vortragender, aus Lehrender gezielt in meinen Unterricht, aktiv in meinen Unterricht ein. Und damit schaffe ich das dann auch, dass das nicht für andere Dinge verwendet wird oder halt nicht so viel, weil verhindern kann es sowieso nicht. Und dieses Ganze, ich verwende mein Smartphone, kann es ja dann vom Unterricht auch noch nach Hause fortsetzen, weil, seien wir uns ehrlich, Schülerinnen und Schüler besprechen sowieso Hausaufgaben über irgendwelche Instant-Messenger-Apps wie WhatsApp. Dagegen kann man nicht wirklich was machen und ganz ehrlich, warum sollte man auch dagegen was machen? Weil beim Austausch und dem gemeinsamen Lösen von Aufgaben lernt man ja viel mehr. Sobald ich mit wem drüber rede, wie eine Aufgabe funktioniert oder was da das Spezielle dran ist, dann lerne ich viel mehr, als wenn ich das als Einzelkämpfer durchboxe. Und das ist einfach Alltag für Schülerinnen und Schüler heutzutage. Und Virtual Classroom geht jetzt einfach daher und nimmt diese wirklich alltäglichen Vorgänge von diesen heutigen Schülerinnen und Schülern, die man auch Net Generation nennt, und setzt sie in den Schulalltag und schafft somit eine passende Lernumgebung für diese Generation, die einfach von den technischen Möglichkeiten her und dem Alltag her ganz anders ist, als die, die davor gekommen sind. Aber es geht dabei nicht nur um die Kommunikation, sondern es hat eine ganz zentrale Idee. Nämlich diese zentrale Idee ist das digitale Schulheft. Dieses digitale Schulheft soll dieses Klassische aus Papier ersetzen, einfach dadurch, dass es auch digital ist, wie der Name schon vermuten lässt, und interaktiv und kollaborativ ist. Was ich dann genau meine und was das ist, das hören wir dann in ein paar Minuten. So, von welcher Ausgangssituation gehen wir da jetzt aus? Was ist in den Schulen momentan Alltag? Wenn es um die Verwendung von IT in Schulen geht, gibt es da teilweise einen relativ großen Generationenkonflikt. Auf der einen Seite sind die heutigen Schüler, die gehören zur Generation der sogenannten Digital Natives. Diese Digital Natives sind mit IT aufgewachsen. IT gibt es, seit sie auf der Welt sind. Das heißt, die Verwendung davon ist ein bisschen natürlicher, die fällt meistens leichter und es gibt weniger Berührungsängste. Also das ist nicht etwas, wo man etwas falsch machen kann, das ist einfach etwas, was man hernimmt. Auf der anderen Seite dagegen sind dann die Lehrerinnen und Lehrer, die noch zu einem großen Teil zu den sogenannten Digital Immigrants gehören. Diese Digital Immigrants sind Personen, die eben nicht mit IT groß geworden sind, sondern das erst im Laufe des Lebens erlernt haben. Das ist erst gekommen und die haben sich das dann aneignen müssen. Deswegen gibt es da eventuell ein paar Berührungsängste oder die Verwendung ist nicht so natürlich, weil man es halt nicht das ganze Leben lang schon macht. Natürlich, und da stimme ich jedem Einwand zu, diese Trennung ist garantiert nicht so Digital Native, Digital Immigrant und die sind fix so, wie es sind. Die verschwimmen natürlich. Natürlich, es gibt natürlich Leute, die mit IT aufwachsen und trotzdem nicht viel damit anfangen können. Es gibt welche, die haben es erst später im Leben gelernt und können das besser wie jeder Native. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, aber es bietet einen ganz netten Anhaltspunkt, von dem man da ausgehen kann. Und außerdem, neben diesem Generationenkonflikt, gibt es dann auch verschiedene Unterrichts- und Sozialformen, die in der Schule vorkommen. Das geht auf der einen Seite von traditionell Frontalunterricht, also das, was wir im Prinzip in unserer jetzigen Situation da haben. Ich als Vortragender sitze vorne und das Plenum quasi und das hört mir zu. Man denkt da jetzt mittlerweile weiter und man geht dann von einem lernenden, orientierten Unterricht aus, also dass der Vortragende nicht eben auf der Bühne steht und alle schauen dem zu, sondern der Lernende, die Lernende ist im Zentrum und die macht das und der Lehrer, die Lehrerin ist dann nur mehr quasi eine Expertin, ein Experte, die zur Hilfe steht, eben Hilfe leistet, wenn es nötig ist, aber die eigentliche Arbeit und im Zentrum steht eben der Schüler, die Schülerin. Und da gibt es eben noch die erwähnten Sozialformen, die im Unterricht vorherrschen. Das ist natürlich die klassische Einzelarbeit, dann haben wir da Gruppenarbeiten, Paararbeiten, da macht man das natürlich auch noch nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause und dann gibt es ein paar modernere, wenn auch schon eher etablierte Formen wie der Flipped Classroom. Also für die, die nicht wissen, was ein Flipped Classroom ist, da dreht man quasi das, ich eigne mir Wissen an und ich mache etwas um. Weil momentan, oder traditionell ist es so, ich gehe in die Schule, ich höre mir den Lehrer, die Lehrerin an, kriege da Informationen und gehe dann heim und mache meine Hausaufgabe und wende das Gelernte dort an. Beim Flipped Classroom ist es anders, da habe ich meine Online-Ressourcen, ich lese mir was, was der Lehrer, die Lehrerin vorgibt, eben durch, beschäftige mich damit, kriege den Input eben zu Hause und komme dann in die Schule, arbeite dort in der Schule mit diesen Dingen und habe dort die Hilfestellung vom Lehrer, von der Lehrerin. Was mir eventuell, oder in der Regel mehr bringt. Und zusätzlich, das ist so ein bisschen moderner, aber mittlerweile auch nicht mehr so, das sind noch Notebook-Klassen. Also wo jeder einfach Notebooks hat. Gut, wie kann ich jetzt die zuvor genannten Ziele von diesem modernen IT mit einbeziehendem Unterricht und dieser Ausgangssituation, wie komme ich da zu diesem Ziel hin? Zum einen gehe ich davon aus, dass das primäre Arbeitsgerät nicht mehr das Heft ist, auch nicht das Notebook ist, sondern ein Tablet mit einem Stylus, also so einem Stift. Das ist quasi eine Best-of-both-Worlds-Lösung zwischen dem Smartphone und dem Notebook. Ich kann damit quasi beides machen und ich habe noch ein paar andere Vorteile, zu denen komme ich dann gleich. Weiters gehe ich von einer Kommunikation über eine Web 2.0-Umgebung aus. Weil die meisten Schülerinnen und Schüler haben bereits Accounts bei Social-Media-Seiten, sind damit vertraut, können es verwenden und das senkt dann gleich auch die Hemmschwelle zur Benutzung. Und große Plattformen, jetzt zum Beispiel Google, hat auch sehr viele Schnittstellen, die man da sehr gut verwenden kann. Auf der anderen Seite hat gerade Google eine spezielle Plattform für genau diesen Anwendungszweck, nennen sie Google Classroom. und ja, Virtual Classroom soll eben Unterricht um diese Dinge erweitern, verbessern, erleichtern, aber gleichzeitig keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand verursachen, weil das wäre ja widersinnig, weil dann schneide ich mir quasi ins eigene Fleisch. Deswegen greife ich wieder eine Idee aus der Geschäftswelt auf, nämlich in Form des Business Process Managements und lege so die Administration und die Steuerung des Unterrichts eben in diese Schiene rein und unterstütze damit sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schülerinnen und Schüler und erleichtere es somit auch den Zugang für eben diese Digital Immigrants, die vielleicht ein bisschen Berührungsängste haben oder sie ein bisschen schwer tun. Da kann man dann viel automatisiert ablaufen lassen. So, jetzt kommen wir mal zu diesem zentralen Punkt, dem digitalen Schulheft. Was man da schon sieht, sind diese netten Tablets mit Stylus. Ich denke, die kennt man mittlerweile eh, das sind eh relativ verbreitet. Und ich gebe ein Virtual Classroom jetzt davon aus, dass dieses Tablet das primäre Arbeitsmaterial ist. Also jeder Schüler, jede Schülerin bestreitet den Schulalltag mit Tablet, mit Stylus. Dadurch muss dieses Tablet eben eine App haben, damit es für alle gleich ist, weil sonst ist es wieder widersinnig. Eben diese digitale Schulheft-App. Und die muss alle Funktionen, alle Kernfunktionen des Schulalltags abbilden können. Und das Wichtigste dabei ist, und deswegen auch der Fokus auf den Stylus, das händische Schreiben. Also wie es mit Kugelschreiber oder irgendeinem Stift hat und ein Heft noch, das quasi virtualisieren, digitalisieren in Form von diesem Tablet mit Stift. Das heißt, jeder Schüler, jede Schülerin hat da einen eigenen Arbeitsbereich, in dem man schreiben kann. Aber, und da kommt jetzt der große Vorteil davon hin, dieser interaktive, kollaborative Aspekt. Das heißt, es hat nicht nur jeder Teilnehmer seinen eigenen Arbeitsbereich, sondern es gibt da einen gemeinsamen Arbeitsbereich. Bei diesem gemeinsamen Arbeitsbereich, dann wird in der Regel der Lehrende die Kontrolle darüber haben. Und in diesem gemeinsamen Arbeitsbereich kann man dann Teile von den Beiträgen von den Schülerinnen und Schülern anzeigen lassen. Das heißt, ich kann aus allem, was die Klasse jetzt so geschrieben hat, die besten Beiträge nehmen und gleich digital quasi vollautomatisch aus diesen besten Beiträgen ein definitives Dokument erstellen. Das heißt, jeder hat dann eine gute Mitschrift, leidet nicht drunter, dass er irgendwas nicht mitkriegt hat oder was falsch aufgeschrieben hat, sondern es gibt da eine quasi akzeptierte Variante. Was der Vorteil jetzt davon noch ist, ich kann nicht nur mit der Hand schreiben, ich kann das auch mit anderen digitalen Ressourcen verbinden. Das heißt, ich kann ganz leicht Bilder einfügen, ich kann ganz leicht Videos einfügen, wenn ich das möchte. Ich kann Links dazugeben, Links auf Dokumente, Web, was auch immer. Das heißt, ich kriege da sehr viel umfangreicheres Dokument zusammen, als ich das mit einer normalen Mitschrift hätte. Jetzt kann man natürlich entgegnen, sowas gibt es ja schon, sowas ist ja absolut nichts Neues. Es gibt viele Apps, die genau sowas machen. Das stimmt, es gibt viele Apps, die genau das machen. Aber die meisten davon haben einen ganz großen Nachteil, nämlich das ist die Dauer, die es zum Übertragen braucht. Und der Grund dafür ist die Technik, wie es das macht. Die meisten Apps, die sowas anbieten, übertragen den ganzen Bildschirm, also wirkliches Screensharing. Die nehmen den ganzen Bildschirm, machen davon ein Bild und schicken das über das Netzwerk zu allen anderen Teilnehmern. Das hat mehrere Nachteile. Also zum einen ist es fürs Netzwerk irrsinnig belastend, weil ich muss, keine Ahnung, wie oft in der Sekunde, damit es gut ginge, Bilder verschicken. Und das ist auch eine Belastung und ich muss das immer dann wieder darstellen. Auf der anderen Seite, also und ich muss immer den ganzen Bildschirm schicken und nicht nur, was sich geändert hat. Und das führt dazu, dass das beim Schreiben eine Verzögerung verursacht. Das heißt, das liked, wie man so schön sagt. Das macht dann beim Schreiben ein total unnatürliches Gefühl, weil wenn ich mit einem Stift schreibe, erwarte ich, dass das da ist, sobald ich das geschrieben habe. Und mit dieser ganzen Bildschirm-aus-Bild-verschicken-Variante ist das immer langsam und dann stehen drei Buchstaben da und dann wieder nichts. Und das irritiert beim Schreiben. Und die meisten Apps, die das anbieten, machen das so. Worauf da jetzt beim digitalen Schulheft deswegen eben Wert gelegt wird, ist das fast Echtzeit-Screen-Sharing. Und das schert eben nicht den ganzen Bildschirm im Sinne von, ich mache ein Bild und schicke es weiter, sondern das nimmt nur die Daten, also quasi die Positionsdaten vom Stift, wo der aufsetzt, wohin sich der bewegt und schickt die einzelnen Punkte übers Netz. Was sehr viel schneller geht, weil dann brauche ich im einfachsten Fall nur XY-Koordinate und fertig. Und dann kann das jeder Teilnehmer selber darstellen. Das geht viel schneller und kann in quasi Echtzeit dann schreiben, was sehr toll ist. Zusätzlich gibt es dann noch die Interaktionen. Das heißt, ich muss nicht face-to-face mit wem in einem Raum sitzen, sondern ich kann auch Gruppenarbeiten zu Hause machen und eben über das Netz mit wem kommunizieren. Aber schon in der App. Also das heißt, ich habe das, über das ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen rede, schon direkt vor mir und kann da direkt drüber reden. Weiters gibt es dann, und da kommen jetzt ein bisschen die Business Processes ins Spiel, diese Ad-Hoc-Body-System. Jetzt nehmen wir mal den Fall, eine Schülerin, ein Schüler hat bei einer Aufgabe ein Problem. Also kommt nicht weiter. Aber es gibt dann Kolleginnen und Kollegen, die haben das schon gelöst. Und wenn ich sage, dann kann ich eine Funktion einbauen. Okay, ich habe jetzt mit der Aufgabe ein Problem. Dann kann das System suchen, okay, wer hat das schon? Und dann kann ich die zwei quasi zusammenbringen, damit der, der es hat, der dieses Wissen hat, an den, der es braucht, weitergeben. Und dann brauche ich nicht bei allem eine Freundschaft von Du hast du das schon, sondern das System sagt mir, wer es hat und wer kann mich dabei unterstützen. Und ich kann natürlich ganz viele andere Dinge damit abbilden, wie über Business Process Management gesteuertes Peer Review. Das heißt, sie müssen alle ein Essay abgeben und ich will aber, dass das vorher ge-peer-reviewed wird. Und das kann ich dann automatisch über dieses System abbilden, was natürlich toll ist. Was bringt mir dieses digitale Schulheft jetzt? Was ist da so toll dran? Zum einen das kollaborative Erarbeitens. Das habe ich eingangs schon gesagt. Kollaboratives Erarbeiten von was bringt mir vom Wissensgewinn her bedeutend mehr und ist bedeutend schneller, als wenn ich das als Einzelkämpfer mache. Weil wenn ich es mit dem anderen erkläre, habe ich das auf einer ganz anderen Ebene verstanden, als wenn ich nur jetzt eine Rechnung gelöst habe zum Beispiel. Und das ist natürlich gut. Man ist ortsunabhängig, wenn man das möchte. Das heißt, man muss nicht face-to-face an einer Aufgabe arbeiten, sondern ich kann das auch von zu Hause aus machen oder wo ich halt auch immer bin. Und es eignet sie dadurch, dass man nicht im selben Raum sein muss, aber es kann für verschiedenste Unterrichtssituationen. Der traditionelle Unterricht, wie man heute alle kennen, für diese Flipped Classroom-Geschichten, für COOL, also das ist kooperatives, offenes Lernen, wo die Schülerinnen und Schüler eben selber bestimmen, was sie wann machen, damit sie ein bestimmtes Ziel erreichen. Für das eignet sie es und natürlich auch für Hausaufgaben etc. Und das ist jetzt mein letzter Punkt, den man dazu braucht. Diese Business Process Management Ebene klingt so, als wäre das jetzt nur zusätzliche unnötige Arbeit für den Vortragenden, für die Vortragende. Deswegen gibt es so ein Konzept, das nennen sie Management of Collaboration. Das ist quasi eine eigene Stelle. Und die kümmert sich darum, dass das Ganze funktioniert, dass das alles gemanagt ist, stellt das alles entsprechend ein und unterstützt die Verwendung, was eben auch Digital Immigrants dabei hilft, die Probleme damit haben, dass sie das System verwenden können und da keine Berührungsängste brauchen haben. Und dieses Management of Collaboration, die Hauptaufgabe davon ist, es führt alle Beteiligten, die etwas brauchen, mit den entsprechenden Ressourcen zusammen. Das ist das Grundkonzept davon. Genau. Also das wäre mal das Konzept vom Virtual Classroom. Basiert jetzt mal auf ein paar Publikationen, nämlich auf diesen, die eben von mir sind. Und jetzt würde mich interessieren, A, gibt es Fragen und B, irgendwelche Gedanken, Anmerkungen zu dem ganzen Thema. Hallo, mein Name ist Stefan. Ich habe fünf Jahre selber unterrichtet an Mittelschulen, also bin ausgebildeter Mittelschullehrer Mathematik, Physik und Informatik und habe nachher auch drei Jahre an Fachhochschulen unterrichtet. Also ich habe versucht, immer so ein bisschen in die Richtung zu gehen und habe gesehen, dass die Digital Natives für uns keine Digital Natives waren in dem Sinn. Die haben die Devices als Blackboxes verwendet, haben gerade auf Applikationsebene vielleicht noch was verstanden, aber meist nicht einmal das Konzept der Applikation wirklich mehr verstanden. Die Lehrer waren gar nicht so das Problem. Also ich war auch EDV Kustos an einer Schule. Also die Vermittlung an die Kollegen, die technologische Vermittlung war meistens nicht das Problem, sondern das Umsetzen in der Schule. Und besonders schwierig ist es, wenn es ein sozial schwieriges Umfeld ist. Also ich habe im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottergring unterrichtet in Klassen, wo wir 25 Schüler hatten aus zwölf Nationen, wovon neun Schüler Deutsch als Muttersprache hatten. Also wir hatten teilweise ganz andere Probleme als die technologische Vermittlung, sondern eher das Problem, eine gemeinsame Sprache zu finden, sodass die Technologie sehr weit in den Hintergrund gegangen ist. Ich würde mich sehr gerne später mit Ihnen dann noch über das Thema unterhalten. Ich habe auch an der Uni mitgearbeitet, an einem Projekt. Wir haben 1997 ein Lernsystem geschrieben, also ein Content-Management-System, wo es sowas als Begriff eigentlich noch gar nicht gegeben hat. Wir sind damit eigentlich auch ziemlich auf die Schnauze geflogen. Also da kann ich Ihnen so ein bisschen internationale, alte Projekte erzählen. Und besonders erschüttert hat mich dann im Endeffekt, ich bin dann von der Schule weggegangen, ich bin in die Volksbildung gegangen und habe dann später auch an der Fachhochschule Betriebssystem unterrichtet für Wirtschaftsinformatiker und bin dort mit einigen Studenten zusammengetroffen, die eben Wirtschaftsinformatik im ersten Semester dort inskribiert hatten und sich das erste Mal in Ihrem Leben einen Computer zwei Monate vorher gekauft haben. Unsere Aufgabe war dort, die Systemadministration von Betriebssystemen grundlegend zu unterrichten in Unix und in Windows-Systemen. Und wir haben dort im Endeffekt dann in einer Gruppe von Lektoren Virtualisierung eingeführt, weil die ganze Fachhochschule noch nicht so weit war. Also ich sehe sehr viel Chance in Virtualisierung grundsätzlich, wenn man auf die Art und Weise sehr viele verschiedene Lernsysteme entwickeln kann. Also ich bin nicht der Fan einer zentralen Applikation. Ich bin auch gar nicht so der Fan mittlerweile von der Schreibschrift mehr. Ich kenne die Argumente, die da genannt worden sind. Ich glaube, das ist wesentlich effizienter als mit der Tastatur. Ich sehe auch Sie einen Laptop noch verwenden. Ich glaube, die meisten hier drinnen sind auch noch mit einem Laptop herum. Also ich glaube, wir haben das meiste an Technologiehammer, das ist nicht das Problem. Es gibt auch dieses Collaborative Sketching, das habe ich auch einmal in einem Projekt selber mitgemacht, habe das sehr genossen in einem internationalen Projekt, wo wirklich nur die Tiefs übertragen werden. Die Technologie ist nicht das Problem, die Prozesse sind eher das Problem. Und die Lernenden am Lernen zu halten, den Flip Classroom, der ist als Konzept sehr hübsch, aber wenn in der Klasse dann von 25 Leuten zwei kommen, die vorbereitet sind, dann spreche ich im Prinzip gegen eine weiße Wand und sage dann, ja, jetzt stellen Sie mir bitte Fragen. Es kommen keine Fragen. Sorry für den langen Rennen, aber ich habe halt sehr strong Opinions da in der Ecke. Bitte. Danke. Wollte ich etwas sagen oder soll ich? Ja, es war ja keine Frage, oder? Eigentlich keine Frage, sondern super. Genau, ja, danke für den Input. Ja, mir geht es auch so. Also, dieses Flip-Konzept, das ist absolut an der Realität vorbei. Also, das ist ein absolutes Elitenkonzept für Leute, die lesen können. Aber in der Schule sind keine Leute, die lesen können. Auf Deutsch sowieso nicht, aber auch in ihrer eigenen Sprache nicht. Das sind funktionale Analphabeten bis... Nein, es ist ganz egal. Also, man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute lesen können. Deswegen sind diese ganzen Konzepte absurd. Ich arbeite jetzt auch schon länger mit Flüchtlingen. Da ist das Problem, die kriegen Zettel in die Hand, was sie wie machen sollen. Die verstehen überhaupt nichts, weil sie nicht lesen können, auch in ihrer eigenen Sprache nicht. Sie können nicht lesen. Sie können ganz, ganz kurze Sätze lesen. Also, Sie sind auf Facebook, dann schreiben Sie drei Wortsätze, das ist es. Ein Satz mit sieben Wörtern ist no way, wird nicht verstanden. Und was man tun kann, ist mit Videos arbeiten. Aber die Videos, da muss wieder Zugang kommen. Also, ich könnte jetzt ganz viel erzählen und mich ganz lange anschließen, aber ich würde gerne noch was anderes sagen. Wir haben jetzt im Moment ungefähr 100.000 Personen in Österreich und die meisten von denen sind funktionale Analphabeten, auch in ihrer eigenen Sprache. und es gibt so nette Pläne. Wir machen Deutschkurse für alle, es ganz absolut funktioniert nie. Von den Ressourcen her, es gibt keine Räume, es gibt nicht genug Unterrichtende, es gibt keine Unterlagen, also geht nicht, kann nicht gehen finanziell. Es könnte aber gehen in eine Art Khan Academy, wo die Leute einfach Videos schauen und dann Übungen kriegen dazu und so Deutsch lernen. Und das, wenn das österreichweit aufgezogen werden würde und in den ganzen Unterkünften Rechner hinzustellen, ist nicht so schwer. Und diese Rechner dann wirklich so sperren, dass sie nur auf diese Plattform gehen können. Und die Leute könnten die Kurse machen und am Schluss nur staatliche Prüfungen machen über die entsprechenden Deutsch-Levels. Das wäre was, wo wirklich was sich ändern wird, weil sonst haben wir auch in 20 Jahren noch Leute, die einfach kein Deutsch können und keine Chance auf diesem Arbeitsmarkt haben. Ja, okay. Okay, danke. Aus der Sicht habe ich es noch nicht gesehen. Entschuldigung, Leute, eben ist klanker, ausgehend an diesem Vortrag. Soll ich bitten, die Diskussion nicht in diesem Raum vorzulassen? Sorry. Soll ich her. Soll ich diese Schritte bitte. Vielen Dank.